Nach der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke war die Betroffenheit groß. Viele Politiker beschworen die Kraft des Rechtsstaates und brachten neue Gesetze auf den Weg. Doch wie sieht es aus mit der konsequenten Anwendung bestehender Gesetze? Wer hier recherchiert, landet schnell bei der alten Frage, ist unsere Justiz auf dem rechten Auge blind? Und das, obwohl Körperverletzungen und Tötungsdelikte von rechten Gewalttätern laut Bundesinnenministerium zugenommen haben. Kai Laufen, Anton Mägerle und Ulrich Neumann berichten von Ermittlungen gegen rechtsextreme Tatverdächtige. Ermittlungen mit angezogener Handbremse? Junge Neonazis aus Thüringen bei einem Angriff auf 2 Fotojournalisten. Sie sind bewaffnet mit einem riesigen Schraubenschlüssel und einem Messer. Ein Opfer erleidet einen Messerstich, der andere sogar eine schwere Schädelfraktur. 19 Monate ist das her und trotzdem ist der Prozess noch immer in weiter Ferne. Es ist mir nicht erklärlich, warum diese Personen, die tatverdächtigen Neonazis, nicht in Untersuchungshaft genommen wurden. Das spricht dafür, dass hier der Staat mit Samthandschuhen, mit brutalen Neonazischlägern umgeht. Stimmt dieser Vorwurf von Matthias Quent? Er ist immerhin einer der angesehensten Rechtsextremismus-Experten der Republik. Dabei ist doch die Reaktion der Politik auf spektakuläre, rechtsextremistisch motivierte Verbrechen immer ganz eindeutig. Z.B. nach dem Mord am Regierungspräsidenten Walter Lübcke und dem Terror gegen die jüdische Gemeinde in Halle überbieten sich Politiker geradezu in Bekenntnissen zum wehrhaften Staat. Es muss uns beschämen. Da muss der Rechtsstaat handlungsfähig sein. Wir dulden können Extremismus. Wir müssen aktiv werden als Rechtsstaat und handeln. Dass der Staat hier ganz klar Kante zeigen muss. Dass alle Hintergründe aufgeklärt werden und zwar schnellstmöglich. Doch geschieht das wirklich? Insbesondere bei Vorfällen alltäglicher rechtsextremer Gewalt, die immer häufiger unseren gesellschaftlichen Frieden massiv bedrohen? Amtsgericht Halle vergangene Woche. Es geht um gefährliche Körperverletzung gegen Flüchtlinge. Der Vorfall liegt schon 4,5 Jahre zurück. Der mögliche Haupttäter ist bis heute nicht auffindbar. Zwei mutmaßliche Mittäter sind jetzt angeklagt. Einer von ihnen erscheint sogar vor Gericht in szene typischer Nazi-Kluft. Wir treffen zwei der drei Opfer nach ihrer Aussage vor Gericht. Sie wurden von einer großen Gruppe angetrunkener Fußball-Hooligans erst rassistisch beleidigt und dann verprügelt. Die Leute haben uns angegriffen. Und die haben mich geprügelt. Und meine Kollegen, beide. Für sie bedeutet dieser Vorfall ein Trauma, das nun schon 4,5 Jahre dauert und letztlich den mutmaßlichen Tätern nutzt, so der Rechtsanwalt der Opfer und ihre Betreuerin. Im Strafverfahren, in der Art und Weise, wie sie geführt werden und mit welchem Ergebnis sie geführt werden, sind je nachdem Bestätigung für rechte Täter und Motivation für die Zukunft. Der heutige Prozess zeigt leider, dass Betroffene von rechter und rassistischer Gewalt immer noch Statisten sind. Sie werden zweimal zum Opfer gemacht. Einmal durch die Täter und dann durch einen Staat, der sie in ein Verfahren zwingt nach Jahren, wo sie gar keine Chance mehr haben, zu ihrem Recht zu kommen. Im Gericht wird uns mitgeteilt, es habe bei diesem Verfahren Terminprobleme gegeben. Zweites Beispiel, wie inkonsequent rechtsextreme Täter verfolgt werden. Saalfeld in Thüringen, 1. Mai 2015. Etwa 80 Neonazis marschieren durch die Stadt zu ihrer Demo. Keine Polizei, weit und breit, obwohl mehrere Hundertschaften vor Ort sind. Die Nazis verprügeln eine kleine Gruppe Punker. Mehrere Punks werden verletzt. Dann ist die Polizei da, aber die Personalien der mutmaßlichen Täter werden nicht festgestellt. Kollegen des MDR identifizieren später 40 Neonazis. Der Vorfall ist 4,5 Jahre her. Verurteilt sind bis heute gerade mal 2. Matthias Quent war zufällig Augenzeuge des Vorfalls. Auch er hat das Geschehen dokumentiert. Es ist ein Armutszeugnis, dass es in Saalfeld, obwohl es Aufnahmen der Tat gibt, obwohl die Polizei vor Ort die Täter hätte sofort feststellen können und aus meinen Augen auch müssen. Das ist aber nicht passiert. Und wenn ich mit diesen Betroffenen heute rede, dann muss man leider attestieren, dass ihr Vertrauen in den Rechtsstaat verschwunden ist. Zurück nach Thüringen, dem Angriff mit Messer und Schraubenschlüssel auf die 2 Fotojournalisten. In Fretterode vor dem Haus von Torsten Heise, einem hohen NPD-Funktionär und militanten Neonazi, wollten sie beide ganz legal ein Treffen rechtsextremer dokumentieren. Dann werden sie angegriffen, fliehen mit dem Auto. Die Flucht endet im Straßengraben. Dort werden sie mit Schraubenschlüssel und Messer attackiert. Habe ich mich dann über die Mittelkonsole immer gebeugt und versucht, mit den Füßen dieses Messer abzuwehren. Dabei bekommt er einen Stich ins Bein und dann? Wurde dann meinem Kollege Pfefferspray in die Augen gesprüht und mit dem Schraubenschlüssel frontal auf die Stirn gehauen. Wer mit einem derartigen Schraubenschlüssel, wie es dort ja verwendet worden ist, auf den Kopf von jemandem einschlägt, und zwar mit einer derartigen Gewalt und einer derartigen Intensität, dass der Stirnknochen bricht, der nimmt auch in Kauf, dass der Mensch dadurch sterben könnte. Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen sieht keinen versuchten Totschlag. Dafür besteht, teilt man uns mit, kein hinreichender Verdacht. Die Anklage lautet bis jetzt nur auf schweren Raub und gefährliche Körperverletzung. Noch gravierender aber, der politische Kontext dieses Angriffs auf zwei Journalisten ist komplett ausgeblendet. Beide Beschuldigte gehören zur organisierten Neonazi-Szene. Nach dem NSU-Komplex wurde ein Strafverschärfungsparagraf in das Strafgesetzbuch aufgenommen, um Menschenverachtende um rechtsextreme Taten besonders scharf auch zu bestrafen, weil sie unsere Demokratie angreifen. Wenn aber in einer Anklageschrift das politische Motiv, wie hier im Fall von Fredda Rode, überhaupt nicht benannt wird, gar nicht thematisiert wird, dann ist das erstens eine Entpolitisierung des Problems des Rechtsextremismus und zweitens verhindert es eine angemessene Strafbemessung. Außerdem, wann dieser Prozess vor dem Landgericht Mühlhausen endlich stattfindet, ist völlig offen. Der zuständige Richter geht zum Ende des Jahres in Pension, ein neuer ist noch nicht da. Übrigens, der Experte Matthias Gwent hat uns noch darauf hingewiesen, dass es auch anders geht. Wenn Polizei und Justiz zeitnah ermitteln und verurteilen, dann gehen rechtsextreme Gewalttaten zurück.